Ladies and Gentlemen, The Evil Within 2. Okay, wir sind draußen, endlich. Ich habe schon gedacht, ich bin eingesperrt. So, aber wo ist die Waffe? Muss ich die jetzt einzeln? Nein, nicht so. Genau, Inventar. Tschüss, jetzt habe ich tausend Sachen. Ausrüstung, Armbrustbolzen haben wir nicht, Komponenten, für was sind die genau? Okay, da steht es ja auch, mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Aha, okay, und damit eine nützliche Gegenstände, also ich denke mal Heilung, oder? So, wir werden sehen. So, Ausrüstung zuerst mal. Diese Waffe war eben The Last Chance Pack Pack enthalten. Juhu! Und Magazin 6, das ist 6. Was ist besser? Wo kann ich das sehen? Ah, ich kann die gar nicht benutzen, guck mal. Ah, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Nein, nicht so. Nein. Ey, wie kann ich die ausrüsten? Hä? Hä? Aha, jetzt. Jetzt, man muss L1 drücken. Okay, gut. Also L1 und dann Waffentyp wechseln. Ja, aber wo steht, wie viel Schaden das das macht? Oho, oho. So. Handwollwaffe mit Feuerstoß. Halbautomatische Handwollfeuerwaffe. Wo steht das? Naja, ich, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. So, dann habe ich das jetzt, ne? Nehmen wir das hier. Und das ist... Erste Hilfe-Koffer. Nehmen wir hier. Oh, gut. Und wie kann ich, wie kann ich die Waffen wieder zurücklegen? Ja, das, das, das streitet mich gerade. Ja, ich habe jetzt alles gedrückt. Ja, so. Ne. Also, ich weiß nicht, wie man die Waffen zurücklegt. Ihr könnt ja mir sagen, falls ihr wisst, wie das geht, ne? Ja, okay, ich hätte sicher auch nicht zwei Stunden, ja, das anschauen. Okay, let's do it. Das Spiel kann anfangen. Kann beginnen. Ja, ich gucke auch nichts offline, deswegen mache ich das alles im Livestream. Dann könnt ihr das auch mitziehen. Und, ja. Halt, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Muss man... Also, gibt es hier auch so Verstecke und so? Oh mein Gott, ich hoffe nicht. Sonst, ey. Ich kann mir schon vorstellen, sonst. Okay. Wow. Sieht aber nice aus. Oh mein Gott. Ich finde es voll gut. Ah, guck mal. Die Sachen glänzen. Das ist gut. Oh. Oh. Skyrim. Oh mein Gott. Skyrim ist mir jetzt aufgefallen. Wieso? Keine Ahnung. Wieso? 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 Kann man springen? Ich hoffe wirklich, dass zum Beispiel hier keine grüne, ekelhaftige, hässliche, stinkige, feuchte, grüne Gelee ist, ne? Sonst müsste ich alles anschauen. Wirklich alles anschauen. Das ist dann... Ja. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört. So, Freunden, Kolleginnen, ne? Habe ich schon gehört. Ja. Ich habe alles angeschaut. Alles immer mitgenommen. Ja. Ich will auch. Ja. Ich will auch alles mitnehmen. Aber mal schauen. Nicht, dass das auf uns auf den Geist geht. Oha. 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 Das war gut. Lahn. Was? Was? Verletze ich mich damit? Mein Frä... Oha. Untersuchung. Ah. Ah. Hier so verwiesen zu müssen. Guck mal! Da ist etwas! Nimm es! Oh mein Gott. Ist das... ... nicht krank bisschen, was ich mache? Ja, definitiv. Aber man kann es gar nicht nehmen. Oder so? Komm ich da hin? Nein. Naja, okay. Gut, gut. Let's do it. Er läuft so cool, ne? Schon geil. So, ich weiß noch nicht. Sebastian, das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. So ruhig. Wie es aussieht. Zu ruhig. Boah. Unheimlich. Das Spiel ist unheimlich. Was mich aber stresst, muss ich zugeben, dass ich nicht weiß, wie man die Waffe weglegt. Ja, das stresst mich gerade. Ich könnte wirklich jetzt... Egal. Was ist das für eine Stimme, Alter? Ja, mach das. Das ist ja nichts zu tun, als die Lilianerin zu suchen. Wir haben nichts zu tun. Wir haben sowieso Zeit. Er geht schon rein. Ich muss gar nicht entscheiden. Hallo? 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 Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. krank. Haut und Knochen. Ich esse nie wieder Fleisch. Ich sagte es. Kannst du sagen. Mutterliebe, ne? Oha, die Nase. Guck mal, die Nase ist gebrochen. Guck mal. Was ist los? Scheiße, die Nase. Einfach. Meine Nase. Meine schöne Nase. Was ist das? Scheiße! Scheiße! Ich hoffe, sie ist tot. Was für ein Spiel! Nein! Oh Gott! Scheiße! Zielen, sagt er. Was heißt? Ich muss selber ziehen! Nein! Oh, lebt das noch? Aha! Grün! Ich brauche Grünes. So, tot! Hast du dich mit dem Fall schon angelegt, Schwester? Ich bin allzu brutal. Wie kann man nachladen? Ah, jetzt habe ich es, glaube ich. Nein, habe ich es nicht. Scheiße! Er nimmt einfach nur die Waffe raus. Wenn man X drückt auf Xbox One Kontrolle. Aber ich spiele es auf dem PC übrigens. Für alle, die es wissen wollen. Oh, guck mal! Was ist das? Vitamine! Ich will auch! Ich will auch Vitamine nehmen! Vitamin C, Vitamin B, Bücher, Kultur, bisschen. Alles, was das Herz begehrt. Aber das wäre echt geil, wenn, wenn man alles kaputt machen könnte. Oder? So. Ich gehe mal so. Genau. Da ist geschlossen. Da muss ich rein. Klopf, klopf! Hallo? Wer ist da? Aha! Vitamin! Wie viel Leben habe ich? Genug. Guck! Genau das, ne? Das die... Wieso gehen die Sachen nicht kaputt? Das wäre zu schön. Ist das zu viel Geld? Oh nein! Sein Sohn! Oh, oh! Pass auf! Rocky! Oh nein! Jetzt schon wieder Rocky! Was ist das? Fleisch! Proteine! Na! Ja, wenn so! Wenn du nicht isst! Wetten, der stirbt ist noch nicht tot! Oh! Fernsehen! Soll ich ein bisschen fernsehen? Boah! Er will! Wieso habe ich das Gefühl, dass du gleich aufstehst? Kidman! Das ging schnell! Hast du was Neues erfahren? Ja! Habe ich! Dass es hier wirklich wie im Beacon ist! Die Leute verwandeln sich in Kreaturen! Verdammt! Was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung! Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht! Sebastian! Hör auf Kidman! Überlass mir das! Ich finde sie! Alter, was willst du finden, wenn ich fragen darf? Wer sucht, der findet, ne? Ist so! Okay! Ich glaube, ich gehe mal hoch! Ja, das Kind wird uns schon zeigen, wie groß die Welt ist! Bin ich zu laut? Soll ich leise laufen? Geht das? Oha, was da? Hä? Was war das? Ich konnte da etwas anvisieren, glaube ich! Aha! Klettern! Er sagt klettern! Wo willst du klettern? Moruk mach! Klettern! Willst du mich verarschen? Wo willst du klettern? Sieht das? Es geht gar nicht! Zu behindert! Okay! Ja! Wenn steht klettern! Aha! Warte! Ich habe eine Idee! Okay! Geht nicht! So! Immer! Oho! Was ist das? Protein! Vitamin! Cheese Pulver! Auch gut! Ja! Wisst ihr was? Was blöde ist? Dass man nicht immer speichern kann, wie man will! Ja! Das Stress ein bisschen! Muss ich gestehen! Das Stress schon ein bisschen! Wow! Chefsessel! So eins brauche ich auch! Wenn es nicht die Welt kosten würde! Okay! Ist das schon fertig? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung! Okay! Also! Ich verstehe das nicht! Was? Guck mal! Wieso geht das weg? Scharmutta! Aber okay! Ich glaube das ist sowieso hier! Nein! Ist es nicht! Na toll! Ich glaube da ist etwas! Soll ich drauf schießen? Ich weiß nicht! Da steht klettern! Habt ihr gesehen? Da! Oh! Wo? Hey! Okay! Das wird zu blöd! Scheiß drauf! Es ist nichts! Nein! Okay! Ja! Falls da was ist, dann könnt ihr mir ja schreiben! Ist er noch da! Schläfst du noch? Okay! Ihm geht es gut! Dann gehen wir mal weiter! Ich bin mir gar nicht sicher jetzt! Und wer darfst du das verpasst haben! Aber... Ja! Oh! Ein Auto! Kann man Auto fahren? Wäre das schön! Ah! Nein! So geil! Wenn man die Sachen kaputt machen kann! So! Und jetzt... Schauen wir mal auf die Karte! Guck! Da habe ich wieder was gesehen! Etwas liegt am Argen! Okay! Also da wo wir schon mal gewesen sind! Da wird es heller glaube ich! Wie groß ist die Welt! Ich muss da hin! Unterschnupf! Nein! Ich muss nicht da hin! Spiegel! Kaffeemaschine! Oh! Kaffeemaschine! Ich kann saufen! Alkohol! Ich meine... Kaffee! Kraut! Alter! Ich kann ja überall rein! Üff! Ich freue mich! Ich freue mich! Guck mal! Alles Drügeler! Alles Drügeler hier! Meine Güte! Ähm! Ich bin doch gerade da gewesen! Üff! Okay! Okay! Alles gut! Wie kann man die Waffe nachladen? Kann man nicht! Wieso nicht? Man kann die Waffe nicht nachladen! Weil ich keine Munition habe glaube ich ja! Okay! Okay! Habe ich auch gesehen! Gut! Ich gehe mal so! Die Orientierung kennt keine Gnade! Ich glaube ich bin von hier gekommen oder? Oha! Ja ja! Naja! Ich muss mich ein bisschen anpassen! Auf die Kamera! Ah! Auf die Karte! Okay! Da waren wir! Oh! Oh! Er ist schon müde! Alter! Das Spiel hat erst angefangen! Wo müde! Wo müde! Aber das Spiel sieht schon viel besser aus als The Evil Within 2! Äh 1! Ne? Oder? Finde ich auch! Kann ich da hoch? Nein! Okay! Gehen wir mal weiter! Ja! Ja! Die Alte wollte uns an die Eier aber nicht mit mir! Oh! 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 Spatio- calmation! So! Jetzt kann ich mal schauen wie man! Hat er dann selber gemacht? Ja! Ich glaube! Schießpulver! Ich freue mich schon waffen zu stellen oder es habe keine Ahnung… ah! Die kann man nicht kaputt machen, danke! wieso nicht gutes material okay guck mal wo ich hin kann das blöde ist ich weiß gerade nicht wo man hinlaufen kann wo das auch was runterklettern okay die grafik ist auf dem pc ich spiele auf dem pc auf ultra einstellungen also ich muss sagen ich bin zufrieden sieht es aus auf dem auf dem playstation 4 viel schlechter pflanzen ich brauche gras union willkommen zu an ihren an ihren sieben wieso sprinten wieso steht jetzt sprinten ich glaube das spiel sagt spiel schneller du bist zu langsam beeilte ich bisschen für sich die ausdauer schneller wenn ich stehen bleibe sehr unlogisch ich will wieder mal wandern ich hasse wandern in der schule immer ich wir mussten immer wandern ja ich komme aus der schweiz das war so schlimm immer zu wandern das war nicht 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 so cool nein speed limit 20 sebastian hast gehört muss langsamer laufen wo kummer was ist das mutanten ja ja komm komm ich bin bereit bin ich das so wie viele leim 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 8 also wenn der o die zeit ist um leute wie machen hier einen cut Ja, wow, schon 20 Minuten. Wir sehen uns im nächsten Part. Falls euch das Video gefallen hat, vergiss nicht zu liken, ihr wirst ja teilen und alles. Bis dann, ciao.